Einen wunderschönen guten Abend. Hier sind die Podpoeten, zumindest der Teil, der noch nicht seinen Beitrag geleistet hat zum Albumtitel des Jahres, weil vergiss das. Was Paul gesagt hat, was Emo gesagt hat, völliger Schwachsinn. Albumtitel Podpoeten, Olysee, Zyran, Kali, von den Podpoeten werden euch das jetzt gleich sagen, aber wir schauen uns jetzt erstmal unser Studio an. Wie gesagt, einmal kurz auf die Horn of Fame schwenken, so ein paar. Das ist so ein leichter Ausschnitt von den Sachen, die wir in den letzten Jahren produziert haben. Ihr wisst, wie es ist. Schön. Vinyl auch am Start. Das kennen die meisten nicht. Ja, und hier sind wir jetzt auch schon im Produktionsraum von den Podpoeten. Und heute ist mal wieder unser Poetentag, der Donnerstag. Der Paul klaut die Kamera und haut wieder ab. Hi, ja, mein Name ist Paul von den Podpoeten. Ich klaue die Kamera. Okay, aber Paul geht jetzt wieder, ja, weil Paul hat schon genug gepostet. Wir wollen die ganze Sache mal klarstellen. Albumtitel von dem Podpoeten, von dem Album, was mal rauskommt, ist natürlich nicht Bandscheiben vor, aber er anfängt und diese ganzen Sachen, sondern ganz klar, Albumtitel heißt, und haltet euch jetzt wirklich gut fest, 2012. Ganz hoch. Ihr wisst, wie es ist. Der Untergang der Maya ist vorherbestimmt, aber die Podpoeten werden erst wie Phönix aus der Asche hochkommen und die komplette Evolution überdauern. Deswegen 2012 dieses Album. Und weil ihr die ganze Zeit mitzuhört, werden wir euch mal so mal kurz, was wir hier gerade so am Start haben, mal kurz antiesen und ein bisschen chillen. Sie ist dein Girl. Sie ist immer für dich da und schenkt dir Kraft für jeden Tag. Sie ist dein Girl. Viele Sachen sind am Start irgendwie. Auf dem neuen Album sind auf jeden Fall für alle Geschmäcker. Eine Praline von ganz vielen würde ich sagen. Ja. Edle Tropfen. Edle Tropfen. Geistreicher Genuss in Nuss. Ich würde sagen, damit beenden wir das für heute. Unsere Stellungnahme. Olysee, Cyankali, Podpoeten. Hört auf uns. Hört nicht auf Paul und Emo. Ihr wollt nur Fame. Auf unsere Kosten. Albumtitel. 2012. Poeten. 2012. Till Infinity. Checkt das ab. Also wir sind jetzt noch mal kurz draußen. Podpoeten.TV. Ihr wisst wie es ist. Albumtitel. Darum geht es jetzt gerade nicht, sondern hier wird gerade noch ein bisschen gecheckt für unser nächstes Video. Ich schaue dir mal so ein bisschen hinterm Rücken zu und check das mal einfach aus. Hallo. 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 Ja, ich bin ein Foto mal wieder. Oh, bist du auch? Ja, ja. Das sowieso auf jeden Fall. Das sowieso. Sie ist dein Girl. Ja, ist dir geschieht. Und so weiter. Sofort. Ja, ihr wisst wie es ist. Wisst ihr eigentlich? Nein. 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 Wie unser Album heißen wird. Hast du dich wieder eingeschlichen, ne? Ich kann es euch genau sagen. Ich glaube nicht, Freunde. Doch. Ich weiß ganz genau, wie es heißt. Aber ich sage es euch nicht. Ich weiß es auch. Aber ich sage es auch nicht. Was erstmal ein Geheimnis ist. Wir haben so ein bisschen rumgespielt damit. Aber es ist eigentlich ein Geheimnis. Und es wird dann hinterher alles passieren. Ihr werdet es dann erfahren. Ihr seid Blender. Ich trenne mich. Ich trenne mich von einem Podpoeten und bring meinen eigenen Albumtitel raus. Nein. trends war uns роль. Ichたche dir drei Wider вечern aus. Ich gehe aus dem Moment. Oft prueba mich so hinzube ich, ja... Vers captivity DAC beide. � εκório ist wieder ein Geheimnis, Esp отдель. crooked. Geschenk. Gratungen. Vielen Dank.